Ja, heint willkommen meine lieben Freunde der Unterwasserwelt da draußen. Heute zu einem neuen Tutorial, ein Tutorial das ich schon länger machen wollte und auch jetzt endlich realisieren konnte. Ich hoffe ihr habt Spaß daran und ich freue mich natürlich wie immer über Likes, Kommentare, Nachrichten, sei es nun Lob oder auch Kritik und natürlich auch über Abos. Sei es auf diesem Kanal, sei es auf dem anderen Kanal, egal wo, ich freue mich über jedwede Art von Feedback und Interaktion. Und ich möchte euch heute mit diesem Tutorial mal erklären, worum es sich überhaupt handelt, wenn man beim Tauchen vom Auftrieb spricht und warum unser BCD überhaupt so funktioniert, wie wir es kennen. Das Unterwasser-Video-Material ist diesmal in Montemar in Rheinbach entstanden und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ein großes herzliches Dankeschön aussprechen, denn ohne dieses Bildmaterial wäre das gesamte Tutorial nicht so anschaulich geworden und deshalb nochmal vielen herzlichen Dank. Wir fangen mit zwei Hinweisen an. In dem Video gibt es zwei Experimente. Gerade für das zweite Experiment bitte ich euch, wenn ihr es selbst ausprobieren wollt, folgende Regeln zu beachten. Schwere Gegenstände sollten unter Wasser niemals mit eurem BCD, sei es nun im Wing, dem Jacket oder im Trocki austariert werden. Solltet ihr aus irgendeinem Grund den Gegenstand fallen lassen, hättet ihr dann viel zu viel Auftrieb und das kann beim Tauchen eben schnell zu einer Verletzung oder zu einem Unfall führen. Als nächstes sollten Gegenstände, wenn sie mit einem Hebesack bewegt werden, soweit es geht immer in Grundnähe bewegt werden und erst direkt am Ein- bzw. am Ausstieg an die Oberfläche befördert werden. Als letzten Hinweis, den man auch von außerhalb des Wassers kennt, haltet euch bitte niemals unter schweren, schwebenden Gegenständen auf. Der zweite und letzte Hinweis, der bezieht sich auf die im Video enthaltenen Informationen. Dabei handelt es sich um allgemeines physikalisches Grundwissen und kann eben in der entsprechenden Literatur überall nachgelesen werden. Ja und jetzt würde ich sagen, wir legen mal direkt los und wir beginnen erstmal mit so einer kleinen Spielerei, um das Thema Auftrieb erst einmal überhaupt bildlich darzustellen. Wir nehmen einen einfachen mit Luft gefüllten Ballon. Wie ihr jetzt in dem Video sehen könnt, bleibt der eben normal auf dem Boden liegen. Wenn ich den jetzt aber in einen mit Wasser gefüllten Eimer gebe, dann steigt er plötzlich nach oben. Genau das, was wir hier sehen können, das Aufsteigen dieses Ballons im Wasser, ist eben das, was man beobachten kann, wenn man von Auftrieb spricht. Das wäre jetzt so eine erste bildliche Darstellung zum Thema Auftrieb, aber wir gehen dem Ganzen mal näher auf den Grund. Wenn man von Auftrieb spricht, meint man damit immer die sogenannte Auftriebskraft. Als Formel wird die durch den Ausdruck Rho mal V mal G dargestellt. Rho ist dabei die sogenannte Dichte eines Materials und die Dichte beschreibt das Gewicht von einem Stoff, wenn dieser Stoff exakt einen Kubikmeter einnimmt. Also ihr könnt euch das als einen Würfel vorstellen mit einer Kantenlänge von einem Meter. Ja, das Medium, in dem wir uns in dem Beispiel eben befunden haben, war Wasser. So, das zweite, V, beschreibt das Volumen des Körpers, von dem wir dann den Auftrieb betrachten. Also der Raum, den in unserem Beispiel der Ballon einnimmt. Als letztes beschreibt G die sogenannte Gravitationskonstante oder Fallbeschleunigung. Das ist ein Wert, der die Anziehungskraft unseres Planeten repräsentiert. Und wir schauen uns das alles gleich mal ausführlich an. Jetzt halten wir erst einmal fest, beim Auftrieb handelt es sich um eine Kraft und die wirkt immer der Erdanziehungskraft entgegen. Wenn wir uns die Formel jetzt nochmal einen Ticken näher anschauen, haben wir mehrere Stellschrauben, um den Auftrieb zu verändern. Als erstes wäre da die Dichte des Mediums, in dem wir uns befinden. Das können wir bedingt beeinflussen, nämlich bei der Wahl unseres Tauchplatzes. Da im Meer Salz gelöst ist und Salzwasser schwerer ist als Süßwasser, haben wir nach unserer Formel hier auch mehr Auftrieb. Das sollte jedem schon mal aufgefallen sein, der mit der gleichen Ausrüstung sowohl im See als auch im Meer taucht. In letzteren braucht man nämlich immer mehr Blei. Die zweite Möglichkeit, den Auftrieb zu beeinflussen, ist das Volumen des Körpers. Ein größeres Volumen bedeutet auch eine größere Auftriebskraft. Als letzte Größe hätten wir noch die Gravitationskonstante. Auch wenn diese an verschiedenen Orten der Erde leicht schwankt, kann man sie nährungsweise als konstant annehmen. Behaltet das aber bitte unbedingt im Kopf, solltet ihr vielleicht mal auf den Mond oder auf den Mars in Zukunft tauchen wollen. Ja, und damit hätten wir den reinen theoretischen Teil auch schon fast geschafft. Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt einmal an, welche Kräfte auf einen Körper wirken. Die hier vorgestellte Methode nennt man Freischneiden. Die wird oftmals im Ingenieursbereich angewendet, eben um genau wirkende Kräfte zu analysieren oder eben auch zu berechnen. Das Vorgehen ist ganz einfach, deshalb präsentiere ich euch das mal ganz kurz. Wir zeichnen einfach alle Kräfte als Pfeil an, wobei die Spitze in die Richtung zeigt, in die die Kraft auch wirkt. Bereits angesprochen haben wir die Auftriebskraft. Und auch durch die Erdanziehungskraft wirkt eine Kraft auf uns oder vielmehr auf den betrachteten Körper. Diese nennt man eben auch Gewichtskraft. Als letztes hätten wir noch die Kraft, die durch den Wasserdruck auf diesem Körper ausgeübt wird. Also quasi das Gewicht des Wassers über unserem Körper. Hier findet ihr auf diesem Kanal ebenfalls ein Video, was das Thema Druck näher behandelt und welches ich euch mal in der Beschreibung verlinken werde. Schauen wir uns ganz kurz mal die Richtung der hier eingezeichneten Kräfte an. Wir haben natürlich die Auftriebskraft nach oben. Wir haben die Gewichtskraft, die nach unten wirkt und den Wasserdruck, der ebenfalls den Körper nach unten drücken wird. In der Praxis wären natürlich noch weitere Kräfte denkbar. Gerade an Steilwänden können sowohl auf- als auch Abwärtsströmungen euch eben in eine dieser Richtungen ziehen. Das wäre alles an dieser Stelle aber ein bisschen zu viel des Guten, deshalb ignorieren wir das jetzt. Wir können mit diesem Wissen jetzt drei Fälle unterscheiden. Im ersten Fall ist die Auftriebskraft größer als die Kraft durch den Wasserdruck und die Gewichtskraft des Objekts. In diesem Fall wirkt eine positive Auftriebskraft und der Körper schwimmt in Richtung der Wasseroberfläche. Das hatten wir ja an dem Beispiel mit dem Ballon bereits beobachten können. Der zweite Fall, das wäre genau die entgegengesetzte Möglichkeit. Nämlich, wenn die Auftriebskraft eben kleiner als die Gewichtskraft und der Druck durch das Wasser ist. Der Körper würde dann sinken und jeder, der mal bleiben am Tauchen verloren hat, kennt diesen Umstand bestimmt nur zu gut. Man spricht in diesem Fall auch von Abtrieb oder sogenanntem negativen Auftrieb. Und es heißt nicht, dass an dieser Stelle kein Auftrieb vorhanden ist. Die Auftriebskraft ist nur kleiner als die anderen Kräfte, welche eben zum Absinken des Körpers führen. Warum ich das so betone, kommen wir dann später nochmal drauf. Ja und als drittes und letztes gibt es noch die Möglichkeit, dass die nach oben gerichtete Auftriebskraft exakt gleich der Summe der nach unten wirkenden Kräfte ist. Genau diesen Umstand wollen wir als gut austarierter Taucher natürlich ständig erreichen und nach Möglichkeit während dem Tauchgang auch möglichst oft aufrechterhalten. Jetzt sind wir auch soweit und können uns das Experiment anschauen. Ich habe hier meinen Bleigurt genommen, 10 Kilogramm Blei hineingepackt und stelle mir jetzt die Frage, wie viel Liter Luft ich in meinen Hebesack füllen muss, um diesen Gurt anzuheben. Die Eckdaten zeige ich euch hier. Der Gurt mit dem Blei darin wiegt insgesamt 10,6 Kilogramm und das Volumen sind 2,65 Liter. Also umgerechnet 0,00265 Kubikmeter. Um das Ganze etwas zu vereinfachen, werden wir den Wasserdruck auf den Bleigurt und den Hebesack sowie dessen Eigengewicht vernachlässigen. Ihr könnt aber gerne mal raten oder abschätzen, wie viel Liter Luft wir in den Hebesack füllen müssen, um den Gurt anzuheben. Packt das gerne mal in die Kommentare, ich bin da auf eure Antworten gespannt. Ja, wir sind jetzt hier in Montemare in Rheinbach auf ungefähr 4 bis 5 Metern Tiefe. Wie ihr sehen könnt, haben sowohl der Hebesack als auch der Bleigurt negativen Auftrieb. Wir füllen jetzt mit der alternativen zweiten Stufe Luft in den Hebesack. Erst steigt lediglich der Hebesack und schließlich wird auch der Bleigurt angehoben. Ein Sicherheitshinweis an dieser Stelle. Bitte hängt euch niemals an so eine oder eine ähnliche Konstruktion. Durch das Ausbreiten der Luft, wir erinnern uns, größeres Volumen gleich größere Auftriebskraft, wird die Auftriebskraft beim Aufsteigen eben immer größer. Dazu gibt es bereits ein Video, das ihr entweder in meinen Highlights auf Instagram findet und auch auf YouTube wird das künftig nochmal neu hochgeladen. Jetzt aber zurück zu diesem Experiment. Tja, was meint ihr, wie viel Luft wohl in dem Hebesack war, um den Bleigurt anzuheben? Genau das berechnen wir jetzt mal kurz zusammen. Zuerst schauen wir uns mal an, was wir alles haben. Mit den Daten des Bleigurts, also dessen Gewicht und der Kenntnis der Gravitationskonstante auf unserem Planeten, berechnen wir zuerst einmal die Gewichtskraft des Bleigurts, also die Kraft, die ihn nach unten zieht. Diese beträgt mit der hier dargestellten Formel 103,97 Newton. Wer hier jetzt nicht ganz folgen kann, dem empfehle ich nochmals das bereits erwähnte Video zum Thema Druck. Da gehe ich näher auf diese Zusammenhänge ein. Und als nächstes berechnen wir die Auftriebskraft. Wir kennen die Dichte, also das Rho von Süßwasser, was man in Tabellen oder eben im Internet findet, das Volumen des Bleigurts und die Gravitationskonstante haben wir auch. Damit ergibt sich eine Auftriebskraft von 25,92 Newton. Man kann also zusammenfassend sagen, die Gewichtskraft des Gurtes ist in etwa viermal so groß wie die Auftriebskraft. Weiterhin haben wir noch gesagt, dass wir die Kraft durch den Wasserdruck eben nicht berücksichtigen. Und da sagen wir einfach, die ist jetzt 0 Newton. Jetzt habe ich hier nochmal die ganzen Erkenntnisse zusammengefasst. Um den Bleigurt jetzt anzuheben, müssen wir mit dem Hebesack eine Auftriebskraft erzeugen, die größer ist als die Gewichtskraft des Bleigurts. Da der Bleigurt bereits eine Auftriebskraft hat und diese ja ebenfalls wirkt, müssen wir auch nicht die vollen 103,97 Newton generieren, sondern lediglich die Differenz von 78,05 Newton. Das Ganze sehen wir jetzt hier nochmal in der Schemazeichnung. Wir haben im Video gesehen, dass sowohl der Hebesack als auch der Bleigurt anfangs auf dem Boden lagen. Nachdem wir genügend Luft in den Hebesack gefüllt hatten und wir somit dessen Volumen vergrößerten, ihr erinnert euch, das war eine der Stellschrauben, um den Auftrieb anpassen zu können, stieg erst der Hebesack, bis dieser den Bleigurt auch angehoben hat. An diesem Punkt war die Auftriebskraft dann größer als die Gewichtskraft. Wir haben jetzt alle Informationen, die wir brauchen, um das notwendige Volumen, also die Liter an Luft auszurechnen, die wir in den Hebesack gelassen haben. Wir nennen die Auftriebskraft vom Hebesack jetzt FA2 und diese muss, wie wir bereits festgestellt haben, größer als 78,05 Newton sein. Dafür schauen wir uns nochmal unsere Auftriebsformel an und stellen diese jetzt nach VK, also dem Volumen des Körpers, in unserem Experiment den Hebesack um und setzen alle Werte ein. Die 78,05 Newton an aufzubringende Auftriebskraft, die Süßwasserdichte von 997 Kilogramm pro Kubikmeter und die Gravitationskonstante von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Der Taschenrechner gibt uns dann als Volumen 0,00798 Kubikmeter heraus und das entspricht umgerechnet eben 7,98 Liter. In der Praxis dürfte der Wert natürlich etwas größer sein, da wir ja ein paar Kräfte nicht berücksichtigt haben. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wer von euch richtig gelegen hat. Ich freue mich darauf, euer Ergebnis in den Kommentaren zu lesen. Zum Abschluss schauen wir uns jetzt mit diesem Wissen nochmal die Funktion von einem BCD an. Das funktioniert nämlich genauso. Die zugrunde liegende Formel ist die gleiche. Die Dichte, also das Roh des uns umgebenden Mediums, also dem Wasser, können wir nicht mehr ändern, sobald wir einmal im Wasser drin sind. Spezialfälle von sich nicht vermischenden Schichten aus Salz und Süßwasser lasse ich jetzt hier mal ganz bewusst außen vor. Und auch die Gravitationskonstante, haben wir ja schon festgestellt, ist fix. Das heißt, genau wie bei unserem Experiment, können wir jetzt lediglich das Volumen von unserem BCD ändern. Vergrößern wir das Volumen, indem wir Luft hinzufügen, wird die Auftriebskraft größer und wir steigen. Umgedreht verhält es sich, wenn wir die Luft rauslassen. Das Volumen des BCDs wird durch den Wasserdruck verringert, die Luft entweicht, das Volumen nimmt ab, die Auftriebskraft wird geringer und wir sinken. Ja, und das war's. Mehr ist es nicht, was man über die physikalische Grundfunktion von dem BCD, sei es jetzt Jacket, Wing oder Drocki, wissen muss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und eventuell versteht der ein oder andere ja die Vorgänge, die beim Tauchen ganz selbstverständlich in die Wege geleitet werden, mit dem Video etwas besser. Ihr könnt mir gerne eure Meinungen oder natürlich auch Vorschläge für andere Themen schreiben. Da freue ich mich immer drüber. Wenn ich ein Thema realisieren kann, das ihr mir vorgeschlagen habt, dann werde ich das auch künftig machen. Bis zum nächsten Mal, sag ich jetzt erstmal allzeit gute Luft und ciao!